also jungs ich würde es eigentlich so langsam auch gerne feier machen wir wollen ja eh bloß den schatz holen der hier ist aber ihr habt schon wieder eine andere kreis au 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 ja 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 Okay, das Ding vom Eber. Ja, wo ist es? Ich habe keine Ahnung. Egal. Dann fahr mal zurück, geben die paar Sachen noch ab. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Oder? Ja, ich habe einen Träger. Was ist das? Schatz abdeckt Schatz abdeckt Schatz Background ich schreibe mich schon mal heute noch viel spaß hat Spaß gemacht mit euch, gerne, nehmts mal wieder ja alles gut, kann man so lassen ein bisschen weiter Richtung Norden oder Westen 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 Best, not best, so was. Oh, das war okay. Ja, vielleicht macht der auch mal Tobi wieder mit, dann werden wir jetzt hier waren, was ich hier dort. Oh, der Knottschilder ist ja auch cool. Dann wären wir zu 5, dann könnten wir mal schauen, ob wir es hinkriegen, 2 Teams, 2 Schiffe, einen Surfer. Oh, die werden immer besser. Hm, ja, war nicht so. Ja, Insel voraus. Oh. Ah. Das müsste ja in jeder Insel so eine Tante sein. Eigentlich ja. Könnte man da nochmal gucken, ob es da ein zweites Buch dann wieder gibt. Das so ist wie bei Jack Sparrow, aber steckt man schon. Was ist da irgendwie schon entkommen? Okay. So, jetzt mal langsam einholen. Sehr gut. Ich muss schon dranbleiben, sonst geht der Arsch zu weit rum. Ich hab schon voll rechts eingeschlagen. Okay. Oh, du musst passen, die Arsch zu haben. Wer war das jetzt mit dem Karpfen? Da muss schon ewig nichts mehr abgeben. Ich glaube die hier. Wer da? Der noch das. Die eine Hexen-Tussi da war. Das war's. Ja genau. Vor allem unser Level ist weg. Ach ne das Ansehen ist noch da aber das Level ist weg. Die Stufen. Ja wahrscheinlich weil wir zu lange nicht mehr gespielt haben. Waren. Wer nimmt den Waren. War das nicht irgendjemand hier? Ja wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ich gut. Aber auch so. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Der ist einchenbare. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Außenposten, Angst sieht Spear. Das ist falsche Ding, wo wir hier sind. Ach, da ist sogar Notiz. Steht sogar dort. Bis 8 Uhr am 5. Ich lass die hier stehen. Ich hab keine Ahnung, das weiß ich nicht, warum soll ich sagen? Naja, dann lass die stehen. Ist auch überhaupt was drin? Was? Denken wir doch mit? Gewischt. Gut, dann tun wir noch das Schiff verabschieden, oder? Ja genau, ganz gutig. Lenkst du? Ja, ich kann halt nicht rum, ne? Ja, sag mal rückwärts raus. Was? Ja. Ja, stimmt. Ich kann mich nicht mit dem Puzzle drücken. Ja, ich kann schon mal den Puzzle das tun. Oh, come on in here muss ich findes. Ja, wir haben sogar Feuerwerk noch. Na. Ich merke. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Tanze Mondlicht Feuerwerk. Oh, shit. 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 Was ist das? Hm, hab nichts Brennbares mehr Ich hab ein einziges noch, aber es regnet darum Bringt das nicht viel Mir regnet es aber nicht Ich will nicht, ich darf den Abfall Geh dir die Órger Ich will nichtco und ich weiß, wie es ihn in der Golfkirchen Und das bedeutet, dass wir ein bisschen länger Ich habe die Angelegenheit Ich werde die Angelegenheit Ich werde das nicht sehen Wolle machen, dass ich mich noch nicht verletze Ich habe die Angelegenheit Wolle machen jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020